Willkommen zu einer weiteren Runde Pelagrounds. Diese Runde ist sehr spontan entstanden. Ich war auf Twitch unterwegs und drei Leute haben halt jemanden noch gesucht und da habe ich mich halt gemeldet. Und ja, eigentlich wollte ich gar nicht spielen, aber ich bereue es nicht, mitgespielt zu haben. Es war auf jeden Fall sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht und die Runde kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie das Ergebnis ist, kennt ihr ja, guckt einfach mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall komplett zu gucken. Viel Spaß! Ich habe da hinten ein Auto stehen, glaube ich. Ich habe hier ein Auto gefunden, Leute. Nein, Entschuldigung! Hast du gerade Miragoli über den Haufen gefahren? Ja, hat sie. Entschuldigung! Entschuldigung! Das wollte ich nämlich... Ich hoffe, hast du irgendwas zum Retzen und so? Nein. Hey, du kannst ihn doch wieder aufheben. Ich gebe dir was. Ja, ich hebe ihn gerade auf. Moment. Ich hätte Verbände. Ich habe auch nur fünf. Scheiße, na gut. Ja, ich auch. Gib sie ihm. Wir finden schon was. Hier, die fünf Verbände. Dankeschön. War ja ein Attentat auf mich. Das war nicht extra. Ja, ja. Aber ich habe mich in den Beifahrer gesetzt. Du kannst gerne fahren, wenn du magst. Base, du kannst übrigens gerne noch mit mir reden, ne? Du musst nicht schreiben. Ich weiß nicht. Wenn ich gleich noch irgendwas finde, kriegst du das, um dich zu heilen. Das tut mir leid. Hast du auch kein Problem. Wir holen die anderen ab, oder? Ja. Nee, wir holen euch ab mit dem Auto. Oh Gott. Na, es passiert bei mir nichts. Ich glaube, die Bahn der Amy vorbei ist, sonst fett sie mich über den Haufen. Na, ich fahre. Achso. Und irgendwie so, auf geht's, ab geht's. Reiter gemacht. Hier ist noch ein Haus. Vielleicht finden wir hier irgendwie Verbandszeug. Ich wollte gerade sagen, da in dem Haus steht ein Auto und dann habe ich gesehen, dass Amy und Miragoli drin sind. GG me. Achso, wir haben übrigens einen Vorteil an sich. So, ich höre die, ich höre den Regen nicht. Wieso hast du den Regen nicht? Ähm, ist ein Bug. Ist ein Bug. Ja, wenn man auf dem Desktop switcht und dann wieder ins Spiel switcht, dann hört man den Regen nicht. Das stimmt gar nicht, das mache ich die ganze Zeit und das funktioniert. Weiß ich nicht, woran das liegt. Bei mir klappt das immer. Bei mir hört immer der Sound auf. Ich glaube, du musst es so eine bestimmte Weise machen. Äh, nee, der Sound hört gar nicht auf, man. Wahrscheinlich. Na, du musst es kurz motorisch wie halt wegnehmen. Zum Retzen, äh, zum Heilen bekommen. Warte mal. Ey, pst. Wir. Ja denn? Komm zurück. Ah, du redest ja doch wieder mit mir. Laufen wir jetzt weiter? Ne, wa... Ja, würde ich sagen. Ja. Hallo. Ich habe immer noch keine gute Waffe. Ich habe keine Muni für meine Waffe. Das ist gut. Ich habe auch keine Muni für meine Waffe. Ich hoffe, der Sound von mir ist gut. Also ich habe es noch nie getestet hier, ne? Und was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Das sind Zweierrucksack drin. Mann, Baseboy. Emi, warum hast du das Auto stehen lassen? Da ist die Tür offen. Ich habe gerade gefragt, warum antwortet denn niemand? Ich habe gefragt, gehen wir jetzt zu Fuß oder fahren wir? Oder nein, wir gehen jetzt zu Fuß. Ich würde zu Fuß gehen. Wir kommen zu euch, dann laufen wir mit euch. Ja, komm, ich abholen. Geht ihr mal zu Fuß. Wie ihr immer Ladies First Dings-mäßig unterwegs seid. Ich habe das Gefühl, ich werde immer zuletzt irgendwie. Oh, ihr lauft jetzt alle ohne mich. Na gut, auf Wiedersehen. Wieso bist du denn so ab vom Schlag? Wir waren einfach ein bisschen, wir zwei waren auseinander. Ihr seid da jetzt hingefahren. Deswegen bin ich ab vom Schlag. Bei mir im Haus ist es noch ein Visier, ein Rotpunkt. Ja. Jetzt nicht mehr. Hast du übrigens noch 5,5-6-Hexamony? So ein Mac oder zwei? Ich bin gleich die Erfolge halt. Also, Emi, wenn du magst, kannst du wieder. Kann ich nochmal umfahren, ja? Ja. Hä? Oder brauchst du die nicht? Was? Warum hast du hier 10 Gängen gelegt? Bist du dann hier in die Ecke gegangen? Nein, ich habe mich auf dem Slumlock geklegt, weil meine Zahlen nicht funktionieren haben. Und ich werde auf dem Slumlock aber das automatisch loslaufen haben. Komm, wir müssen weiter. Ich denke mir so, hä? Warum läuft die alte weiter? Werde ich irgendwann mal noch eine andere Waffe finden? Oder, äh, Muni oder so ein scheiß Fickfack? Was für ein Fickfack? Meinst du, wir kommen über das Wasser mit Schwung? Ja, wenn ihr in der Richtung hier bei mir lang fährt, ja. Challenge Schicksal, das ist das erste Mal aus. Ja, wir haben viel wie ein Fahrt geklückt. Ihr bleibt doch stehen in der Ragoni mit, bleib stehen. Ne, ne, macht mal, macht mal. Ja, mich, mich vergesst ihr irgendwann, ne? Nein, du bist schon, du bist schon Kilometer weiter, du Nase. Amphibienfahrt geglückt. Ja, das wäre beinahe schief gelaufen. Ja, hoffst mir halt was auch. Hast du in allen Häusern schon drin, Emy? Ne, nicht in allen, aber in vielen. Das Aussage ist, wir haben ja, es ist ein Dings. Das Aussage ist in Nacht von mir, to run around and look around. Yes. Ne, lassen Sie, hier ist schon ziemlich viel weg. Lassen Sie es weiter. Ehrlich. Es ist ja ein Vektor, without Munition. Vektor ist die 45er noch? Ja, die Vektor habe ich weggeschmissen. Weil ich ne... Wo hast du die 45er hin? Äh, wo ist die... Vektor, warum willst du den Vektor weggeschmeißen? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Die Vektor habe ich keine Muni gehabt. Die Vektor ist eine der besten Waffen, die du kriegen kannst. Äh? Wo ist denn die Vektor? In meiner Hand. Die hat irgendwer schon aufgesammelt. Dankeschön. Ich habe die Vektor weggeschmissen, weil ich keine Muni dafür hatte. Ja, deshalb frage ich gerade noch 45er. Weil ich jetzt will, ich hatte, ich hatte nur... Oh, danke. Hm, bitte. Also die Vektor ist wirklich ne schöne Waffe. Ja, ich weiß. Ähm, ich würde das Auto jetzt nicht mehr benutzen. Der Kreis wird immer kleiner. Ja, aber so geht es doch eigentlich. Ja, so klein ist es aber jetzt auch noch nicht. Ja, eben. Lass uns doch noch ne Strecke gehen. So gut. Na sicher? Wir sind noch 29. Ja, wir sollten jetzt gleich... Läuft, die Riesenzone, 29, Leute. Lass uns doch einfach... Wir sind noch viele am Anfang gestorben. Achtung, wir sind... Die ist verkleinert. Ich würde das Auto jetzt nicht mehr nutzen. Nee, nee. Das ist... Nee, glaube ich auch nicht. Okay. Also ich bin barfuß, Leute. Barfuß ist... Hört man seine eigenen Schritte fast gar nicht. Man ist echt leise. Das ist aber eine bekannte Sache, Emi. Das weiß man eigentlich. Das bei Regen... Also auch im Allgemeinen, wenn du barfuß läufst, hörst du es wenig, sehr wenig und im Regen fast gar nicht. Auto, oder? Hm, Fahrzeug. Ja, Auto. Fahrzeug. Ja, da kommt ein Auto. Hab'n ausgenockt. Nee, auf der anderen Seite von der Brücke. Hab' den zweiten. Boom! Hab' beide. Danke. Hab'n nichts. Kein Scope. Kein gar nichts. Boah, ob ich noch irgendwas finde? Mein Loot ist so schlecht. Du hast hier bei dem Typen, der gerade gestorben ist, Emi, liegt ne UMP plus 9mm Munition. Wenn du dir die nimmst, hast du schon mal wieder versorgt. Der UMP hat's her. Ja, und hier ist ne 9mm. Komm her. Hier liegt auch noch ne UMP, äh, ne M4, falls du magst. Hier liegt auch noch ne UMP. Hat der Scope oder irgendwie sowas noch? Ich hab' jetzt grad einen Zweier gefunden. Ich nehm' alles mal hier mit und bring's zu euch. Ja, ich hab' bei dem auch einen Zweier, aber... Ich bräuchte M16, Muni, bitte. Denn das so... 5,5,6er, ne? Ja. Hab' ich mitgenommen. Okay. Oh, scheiße, der Air-Drop ist direkt bei uns, ne? Wo denn? Leute? Oh ja, herzlichen Glückwunsch. Ach, holen wir uns. Easy. Jo, wahrscheinlich. Ja, warum? Ich erinnere mich noch nicht daran, wie das beim letzten Mal gelaufen ist. Aber hey, da steht schon Buggy-Auto, kommt was oder nicht? Oder steht der da nur und qualmt? Den Buggy hab ich kaputt geschossen. Okay, Vorsicht, da kommt jemand. Wo denn? Oh, da sind welche. Treffer. Oh, da sind welche. Treffer. Ausgenockt. Hab sie. Beide. Sind tot. Können weiter. Toll, ich knock aus und du kriegst die Kills. Wow. Den einen hab ich auch ausgenockt. Ah, dafür haben wir doch jetzt den Drop. Und Loot. Oh, also. Ist doch gut. Wir raguli, wir sind voll gut. We are so good at this. Ja. Gewitter. Wo? Gewitter, Gewitter. In Dorsten. In Dorsten? Gewitter. Wo? Wo? Gewitter. Also, Emmi, hier müsstest du jetzt Waffen finden. Also, ganz ehrlich, ich hab... Ich komme. Kappa. Lauf schneller. Hopp. 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 Nehm ich die M24-9 oder bleib ich bei der M4? Das kommt ganz drauf an. Die MG ist sicherlich vorteilhaft hier und da. Also, die M249 ist halt sehr gut, wenn du einen 8-Fach-Scope hast und halt liegst. Aber ich würde halt bei der anderen Waffe bleiben. Musst du entscheiden. Die M249 ist nicht zum Liegen. Doch. Und schon gar nicht für einen 8-Fach-Scope. Doch. Ne. Doch, das ist ein Laser-Geschuss, das glaubst du mir nicht. Das ist OP, wirklich. Du verwechselst die M24 gerade mit der M249. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Glaub mir. Nochmal. Das ist eine MG. Ja, genau. Wenn du liegst mit einem 8-Fach-Scope, ist die OP. Ich hab die Pappe auf, ich nehm jetzt beide mit. Da siehst du, in den Chat hat auch jemand geschrieben, ist echt so. Na dann. Von mir aus. Mann, ich hab den scheißesten... Der scheißeste, dass beides dieselbe Muni hat. Pack Loot auf dieser ganzen Erde. Dann komm doch her, Emi. Mensch. Wir haben hier Loot besorgt für dich. Wo sind's Menschen? Oh, scheiße. Ich muss tatsächlich auch zu euch kommen, aber hier wird rumgeballert. Na drüben bei den Ruinen, im Süden. Dach. Sind welche? Hallo? I need something. Juhu! Gamer-Bäubchen, danke für deinen Follow. Herzlich Willkommen. Hallo? Rede ich gegen ne Band oder so? Oder... Kinesisch? Was denn? Ich brauche Munition. Für was denn? Ja, das wird aber problematisch, weil ich beide Waffen auf Dingens hab. Ich hab selbst kaum noch Muni. Hier, komm mal rein, ins Haus. Ich dachte, ihr habt euch... Ins Haus. Muni geschossen. Wenn du dich hier brauchst. Ja, das sieht doch sehr gut aus, danke. Kein Problem. Alles klar, ich bin versorgt. Ich hab jeweils noch ein Magazin, dann bin ich leer. Ich bin hier grad voll offen auf dem Feld. Süden, 195 ist einer. Ganz weit hinten, da kannst du auch erstmal raushalten. Ich bin in der Nähe von euch. Der läuft viel jetzt hinterm Baum, der wird uns gesehen haben. Na, der wird nichts machen, der ist ja wahrscheinlich alleine. Er hat schon den Hit. Amy, kommst du her? Ich bin hier. Na, komm mal rüber, sonst. Ja, ich... Geseh... Ich... Ich komm grad über die Brücke. Schnell. Falls ihr... Ja, ich kann nicht schneller laufen. Nimm die... Nimm die AK-Modimit. Bitte, Hilfe. Ihr müsst mich mal kurz schützen. Ich komm von der Brücke, da unten ist übrigens ein Boot. Wir könnten auch mit dem Boot rumfahren. Nein, nein, alles gut. Erstmal warten, wie die Zone sich ausrichtet. Den Sieg holen wir uns hier. Dass jetzt die Brücke wird, fress ich im Wesen. Lasst uns bitte hier reingehen und verdammt nochmal die Tür zu machen. Und dann können wir nämlich... So habe ich letztens, gestern mit Rage hier gesessen. Kommt man mit zu den Häusern am besten. Das wird sich... Da würde ich nämlich jetzt auch hingehen, weil wir brauchen Munition. Das ist... Für was denn? Ich habe überhaupt keine Waffen. Ich habe noch jeweils ein Magazin, da bin ich leer. Ach so. Ich habe sie generell überhaupt gar nicht. Beide Waffen haben das sehr gewohnt. Die Kuss in der MG sollten doch reichen, oder? Theoretisch. Was wir auch machen können, die Leute abfangen. Die würden jetzt hier rüberkommen halt. Da laufen zwei über die Brücke. Die holen wir uns. Drei. Nicht, dass hier jemand drin ist. Ich habe da keinen Kuss, sonst würde ich mit hier... Oh. Die schießen gut. Oh, Miraguli. Warte. Hast du was zu pöpfen? Ja, ja, alles gut, alles gut. Okay. Am besten kümmert euch jetzt um die Leute, die über die Brücke kamen. Das ist, ich gehe ins Haus rein. Um besten Türen zu machen. Die ich die für 5-5-6-Amonie hasse. Hier ist noch ein Rotpunkt, falls noch einer eins braucht. Hier ist noch ein Rotpunkt, falls noch einer eins braucht. Wer schießt bei euch? Ich, ich habe geschossen, alles gut. Ist er ausgenockt? Die Klings vom Turm, bei den Steinen. Wir haben nur noch 6 Beine. 5. Äh, jetzt 6. Achso, ja, 6. Wir sind 4 Leute, Waschbär. Links am Turm. Meine Fresse, haben wir Glück mit der Sauen. Alter Falter, ey. Okay, ich komme nochmal wieder zu euch. Das wird das letzte Team. Nee, nicht. Am Turm in der Steppe. Letztes Team. Die Gegner, oder? Ich bin vorig, ich sah keinem. Viele können nicht mehr im Neben sein. Na, 5 andere noch. Ich bin auch ein Killen. Ich habe ihn nur verletzt, ich habe ihn nicht gekillt. Na, im Magic Turm, da sind auf jeden Fall noch welche. Also bei den Turmen da, ja. Ich sehe keine netten Turm. Nein, das ist der Turm. Ich wäre dafür, wir wechseln in ein Haus weiter nach vorne, weil wir ziemlich schlechte Sicht haben. Emi liegt? Hier, ich liege, ich liege, ich liege im Haus unten. Der hat mich vom Magic Turm aus. Oh Gott, bitte. Ich kriege rüber an die Treppe. Bitte, kann mir jemand helfen? Links von uns. Da, da, Richtung Ost. Äh, Süden. Sorry. Waren auch Schüsse. Ja, da steht 100 pro Einer unten. Emi, du hast alles zum Heilen, oder? Ja, ich habe eine Erste Hilfe. Und den benutze ich jetzt. Und dann habe ich noch Schmerzmittel, das müsste auch reichen erstmal. Die Zone, wenn wir Glück haben, müssen wir nochmal zu uns kommen. Ja. Das ist mir gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen zu risky. Wenn die nächste Zone kommt, ist sie nicht mehr bei uns. Mach mal, mach mal Platz. Okay. Okay, mach kein Platz. Die werden jetzt zum, zum Stellen, ne? Ja, sollen sie ruhig. Wo sind die denn jetzt gerade? Pass auf, gehen oben von den Fenstern weg. Ansonsten seid ihr tot. Also Süden ist einer auf jeden Fall. Ja. Hat er nur, dass hier um die Eck die Tür aufgeht. Oh, scheiße. Okay. Die werden uns jetzt mit Granaten zuschmeißen, ne? Ja, soll ich nicht mehr. Ja, irgendwann hat die keinen mehr. Haben die keine mehr. Okay, also entweder die sterben an den Zones, oder die kommen jetzt definitiv rein. Wir brauchen noch jemanden, der nicht hinterausgang deckt. Na, drück die Daumen, dass die Zone jetzt auch bei uns ist, ne? Nein. Hat jemand von euch die geworfen? Ne, von draußen. Noch eine. Ja, die war von mir. Was das ätzend. Jetzt sind wir natürlich nicht mehr in der Zone. Fuck. Die Frage ist, wo sind die acht Leute? Das sind vier. Es sind nur noch vier. Wir sind doch schon alleine vier. Genau. Ja, gut. Wo sind die vier Leute? Um uns herum. Warte, ist das andere Haus? Ich werde mich jetzt einfach hier. Hier werde ich einfach übersehen. Die Scheiße ist, das andere Haus ist halt noch in der Zone. Das heißt, theoretisch könnten die neben uns sein. Miragulli, guck mal. Ja. Bleib einfach hier stehen. Oh. Die sind da unten irgendwo. Ja, hier hinter den Steinen ziehen. Ich habe einen ausgenutzt. Der stirbt jetzt wahrscheinlich. Die anderen sind Flash. Wahrscheinlich. Ne, ne. Vermutlich. Nicht sicher. Oh. Zone. Zone. Lauf! Da zählt einer. Ost. Äh, Südosten. Zwei. Zwei Leute. Fuck! Alles. Bleibt in Deckung. Die Zone wird nicht mehr kleiner. Wir sind alle tot. Wir sind hier und du. Oh nein! Zweiter geworden. Mist. TG. Schade. Aber Zweiter. Ja, Zweiter ist gut. Aber ganz ehrlich, oh Mann, ich hätte da jemanden erschießen müssen. Mann. Mano, ich habe die so gut gesehen. Schaut da gerne. Ich habe mich immer gefangen. So, damit ist die Runde auch wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich freue mich auf die nächsten Runden. Vielleicht mit denen. Weiß ich nicht, ob das so hinhaut. Alles klappt. Auf jeden Fall schaut doch mal bei denen auf die Kanäle vorbei. Ich habe die hier unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr schon vorbeischaut, dann schreibt doch. Wenn sie halt live sind. Dass ihr von mir kommt. Also von mir halt. Von hier. Von hier. Hier. Hier von mir. Haha. Ja. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, Spaß gemacht zuzugucken. Und es wäre sehr cool, wenn ihr es macht. Bei denen vorbeischaut. Und ja. Bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Haut da rein. Ciao. Ja. 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 Und ja. Vielen Dank.